In unserem Laden war gestern jemand, der mein Vater kennt. Ist jemand hier? Ein Mädchen? Ja. Ist sie hübsch gewesen? Naja, ziemlich. Mein Vater lässt höflich anfragen, ob du nicht zur Shidare Company kommen willst. Ich meine, euer Laden macht schon einiges her. Ihn nicht weiterzuführen wäre ein Debakel. Abgelehnt! Kokonatsu wird diesen Laden in neunter Generation schon bald übernehmen. Ich übernehme ihn nicht, hast du das kapiert? Wenn ich dich dazu bringen kann, den Laden zu übernehmen, Kokonatsu, wird Jo zukünftig für unsere Firma arbeiten? Geht okay. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als dich zum Top-Nasch-Warenverkäufer zu machen. Ich glaub echt, du wärst der Allerbeste von allen. Ich weiß doch, dass du auf ihn stehst. Das stimmt überhaupt nicht. Den Begriff Blindverkostung wirst du sicher schon gehört haben. Lass uns endlich beginnen, ja? Was geht hier ab? Was ist so wichtig, bei Tan certain sind die immer noch 50 mobile. Was geht hier ab? Was geht hier ab?